Hallo, mein Name ist Sarah und ich bin heute bei Dominik. Er ist Produktmanager für die Vago-App. Hi Dominik, sag mal, was genau ist die Vago-App eigentlich? Hi Sarah, die Vago-App ist der digitale Alltagshelfer für Elektro-Profis. Bei Vago haben wir über 30.000 verschiedene Produkte. Da kann es manchmal schwierig sein, den Überblick zu behalten. Mit der Vago-App wollen wir den Zugang zu Produktinformationen vereinfachen und gleichzeitig nützliche Alltagstools für den Elektriker anbieten. Das hört sich super an. Und was genau gibt es da für Tools bei der Vago-App? Ich habe hier beispielsweise den Produktdetailbereich, wo ich die technischen Details zu den verschiedenen Produkten einsehen kann. Hier habe ich jetzt auch die Jetzt-Bestellen-Funktion, wo ich dann die Händler gelistet bekomme, die dieses Produkt gerade vorrätig haben. Auch habe ich hier einen Toolsbereich, wo ich verschiedene Tools eben direkt griffbereit habe, wie beispielsweise den Querschnittsberechner. Hier habe ich dann eine Eingabemaske, wo ich die verschiedenen Parameter eingeben kann und unten wird mir dann der empfohlene Leiterquerschnitt angezeigt. Gleichzeitig haben wir hier jetzt auch die Inbetriebnahme drin, wo ich beispielsweise die neue Sunblind-Box von Vago ganz einfach parametrieren kann. Ihr seht, die Vago-App sollte jeder Elektro-Internateur in der Hosentasche haben. Danke, Dominik.